Auch in der schönsten Beziehung Kommt irgendwann der Alltag Mann, ich hab keinen Bock, mir immer hinterher zu rollen Hast du wenigstens die leeren Flaschen weggebracht? Bestimmt wieder nicht Ja Einshaft jetzt? Ja Von den Machern von Kein Ohrhasen So sieht's aus Die Neuen oder die? Ähm, die Fanny, die einer nicht? Das hab ich nicht gesagt Aber die sind zu unbequem Mein Gott, dann nimm halt die anderen Die sind noch unbequemer Marie! Au! Ach, Entschuldigung Das hab ich gar nicht gesehen Oh, ähm Hey Anna! Das ist ne ganz doofe Ziege Und Silikonmöpste hat sie auch noch Ne, die sind echt Hm? Da ist kein Silikon drin Das ist mir doch egal Hi! Ich bin der Ralf Der Ralf und ich haben zusammen studiert Echt nett von euch, dass ich die paar Tage hier bleiben kann Darf ich? Ich mach dir gar nicht sein Bett Wer soll da bei uns mit dem Bett schlafen? Du setzt dich hier in ihr zackgänzgemachte Nest Und baggerst die ganze Zeit an meiner Freundin rum Die Anna? Das ist doch absurd Ja, Moment So absurd ist es jetzt auch wieder nicht Ich werd sehr oft angegraben Glaubst du, wenn man sich wirklich liebt Kann man sich auch sehr schlimme Fehler verzeihen Wenn man sich etwas wirklich wünscht Dann passiert das auch Wir hatten Sex? Oh, aber hallo Oh!